Servus liebe Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Crisis Part. Müsste jetzt Crisis Part 6 sein, liebe Freunde. Und wir haben hier den Bogen jetzt automatisch ausgerüstet, im letzten Part schon, am Ende. Und sollen jetzt hier los. Moment, was sind unsere Ziele? Stehen da noch gar keine. Wenn die jetzt mal aktualisiert oder so. Ja, hier haben wir auch kurz nur Money für. Oha. Alter. Nicht schlecht. Warte doch mal. Wenn wir nur noch keine Ziele. Ah ja. So ist das also. Hey, ich kann auch so springen. Ja, X, ich weiß, ich schieße auch nicht auf die Netz. Und dort ist Zels Energie Nexus. System X. Wenn wir den Damm abscheiden, sind Zels Abwehrsysteme nutzlos. Können Sie keine Energie von System X umleiten? Es ist nicht im selben Netz. Wozu der Damm? Wenn Sie mit System X eine unerschöpfliche Energiequelle haben. Redundanz? Oder macht Ihnen vielleicht irgendwas an System X Angst? Hm, liebe Freunde. Okay, Psycho. Wie gut kennst du diese Leute? Also, wait. Und was sollt ihr ausrasten wegen meines Anzugs? Hey. Sie hasst Anzüge. Keine Ahnung warum. Ich frag nicht nach. Ich weiß nur, Ihr Team hat mich aus dem Skin-Labor geholt. Sie hat mich gerettet. Okay. Steck doch ein. Oder geht nicht? Geht nicht. Die Treppe ist blockiert. Wir müssen den Lift zum Laufen bringen. Jo. Geh doch mal weg. Geh weg. War eh klar. Doch, er kriegt Sinn. Ja, ein Schreckling ist er nicht. Freundchen. Jetzt geht's aber los hier. Hast du gut gemacht. Ja, los. Hä? Da versetzt sie sich jetzt hin. Ja gut. Okay. Autsch. Komm auch. Ich brauche einen Link in den optischen Ausgang des Nano-Suits. Alles klar. Aber nur, solange es nötig ist. Kontrollpunkte recht, liebe Freunde. Sind da... näher da rumlaufen wahrscheinlich. Oh. Oh, nee. Und da ganz viele hier überall? Ja. Laut Geheimdienst. Ah, scheiß lauf. Wir sind absolut sicher, dass der Blechmann in diesem Verkraten ist. Ihr wisst, was er vorhat. Der Damm wird sein Primärziel sein. Ja, ist das richtig? Keine Kanonen. Okay. Scheiße. Oh, fuck. Alles klar. Dann halt nicht so... Oh, nee. Oh, fuck. Was? Warum? Mann, Mann, ich muss aber irgendwie hier rum. Scheiße. Ich fick die trotzdem. Ach, da. Was ist das für eine Dreckswaffe? Kann ich wenigstens irgendwie die Feuerrate oder... ...Dings umstellen. Kann ich nichts machen. Das ist plötzlich so. Kann da nichts umstellen. Das ist das für ein Eichhörnchen? Dann gehen wir mal weiter. Oh, das ist das für ein Eichhörnchen. Hier sind bestimmt gleich überall Leute, oder? Da oben? Wie komme ich denn da oben jetzt hin? Ah, da muss ich... Sowieso rein. Also da lang. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, hier lang zu gehen. Oh, f*** F*** ich dir aus, weil fern halt Oh, scheiße Bastard Oh, das ist schlecht Oh, f*** Komm stehen Weg sein Oh, das ist er Oh, f*** Woher denn? Hä? Scheiße, ich hätte erstmal den hinteren kehren sollen Macht nichts So, da habe ich jetzt mal meine Nano-Vision Die ist cooler, glaube ich Obwohl Präziser Aber Warte mal Die tausche hier dagegen aus Na, ja, und Man Ja gut F*** Wo denn? Auch da Okay Äh Oh, f*** Ich musste mich hier echt vorbei sneaken Ich brauche Energie-Upgrades Ich kann aber nicht einfach Die scheiß Dinger upgraden Einfach so Ich darf jetzt außen rum Oh was, Alarm Oh, scheiße Das war dumm Nano-Vision Aktiviert Nano-Vision Aktiviert Aber das Ding kann nicht herhängen Genau So Und zack So Oh, shit Ich habe alles schon voll Nein, deswegen So, dann wollen wir nochmal hacken Zack 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 Und das da hinten Ah, nein, mach raus Spare Energie Nee, nee Möchte ich nicht So ein neuer Kontrollpunkt zu, Freunde Shit Oh, das ging nochmal gerade so gut Oh, was? Hä? Oh mein Gott, was? Ja, auf hinten Ich wusste doch Das ist irgendwas Ich bin zu ungeschrieben Nach vorne gelaufen Obwohl ich Geschlichen habe Sogar hier Ähm Gibt es hier mal irgendwo Dings Module Das wäre cool Tauschen wir die mal gegen So eine hier Ich würde jetzt gerne mal Romeo 1 Der Fulten-Damm läuft vollautomatisch Aber die Generatoren haben Ausfall-Sicherungen Wenn sie die auslösen, fällt der Strom aus Oh, fuck Relativ gef... Oh Moment mal Achso Ich bin schon hier Warum kennen die mich alle? Mit Namen Mach ihm Tarn-Kill Mach ihm Tarn-Kill Oh, fuck Was? Richtig Gute Raffe auf jeden Fall Man Oh, fuck Das Ding Kann ich gerade sagen, Alter So ringende rede ich Schnell 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 Depending auf jeden Fall ãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Vielen Dank.